Herzlich Willkommen liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich möchte Sie mitnehmen zu einer kleinen Bergtour und möchte Sie einladen einmal von ganz oben hinunter zu schauen in das weite Feld des christlichen Glaubens und dass wir dort einmal schauen, was ist eigentlich so das Zentrale. Wenn man auf den Berg steigt, dann hat man ja immer den Vorteil, dass man nicht jede Kleinigkeit sieht, sondern die großen Bewegungen sieht. Und ich mache es bei uns manchmal so, dass ich Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter bei uns sage, wir haben ein Haus, da geht der Aufzug vom ersten Stock bis in den fünften Stock. So in eine Minute 30 Sekunden, wenn der Aufzug fährt, da muss man eigentlich das Wichtigste vom christlichen Glauben den Leuten erzählt haben, wenn jemand einen fragt. Und dazu möchte ich Sie auch einladen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, einmal so den Kern des Glaubens anzuschauen. Und Glaube, der beginnt ja nicht mit dem, was wir glauben, sondern Glaube beginnt zunächst damit, dass Gott etwas von sich kundtut. Und für mich ist das Erste, was Gott kundtut, was für mich unheimlich schön dargestellt ist, ich habe das hier so auf einer kleinen Karte von Michelangelo, das Bild in der sexinischen Kapelle, gut 500 Jahre alt, in der Erschaffung des Menschen, in der Erschaffung des Adam. Die Hand Gottes kraftvoll und schlaff noch die Hand des Menschen, der zum Leben geweckt wird und mit dem Gott eine Beziehung aufnimmt. Und das ist ja nicht nur der Mensch damals, das gilt für jeden von den sieben oder acht Milliarden Menschen, die wir heute sind. Gott hat mit jedem eine Beziehung begonnen, ins Leben gerufen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und wenn ich frage, was ist der Kern des Glaubens, ist, dass Gott von sich aus etwas beginnt. Er beginnt eine Beziehung. Und er beginnt nicht nur eine Beziehung, sondern es kommt dann noch mehr. Es geht dann eigentlich noch weiter. Vor Jahren wollte ein Politiker mal, ich weiß nicht, ob das geht. Aber er hat es gefordert, dass auf einen Bierdeckel, habe ich ja so einen, auf einen Bierdeckel sozusagen die ganze Steuererklärung draufgeschrieben werden soll. Ich weiß nicht, ob es geht. Aber für mich war das so eine Inspiration zu fragen, passt eigentlich die Botschaft des Glaubens, das Evangelium, die Bibel, passt hier auf einen Bierdeckel. Und ich habe hier drei Bierdeckel, damit man es ein bisschen besser sieht, aber das passt ganz einfach auf einen Bierdeckel drauf. Was ist das, was Gott in der ganzen Heiligen Schrift von Anfang bis zum Ende uns von sich sozusagen kundtut? Was er uns erzählt, wo er sagt, hier, so bin ich. Und das Erste ist für mich, ich bin da. Gott ist einer, der da ist. Am Dornbusch oft bat er sich dem Mose, Jachwe, ich bin da, ich bin da für euch, ich bin euch nahe, ich gehe mit euch. Also ich bin da. Egal was ist, ihr könnt euch darauf verlassen, ich bin da. Und das Zweite ist, der zweite Bierdeckel gleichsam, die Botschaft, sagt, ich biete euch das Du an. Ich bin nicht irgendwie jemand, der weit weg ist, sondern wir sagen Du zueinander. Wir nehmen das so selbstverständlich, dass wir so vertraut Vaterunser beten. Jesus wäre dafür beinahe gesteinigt worden. Wie kannst du den Menschen sagen, sie können so vertraut Abba, Vater sagen? Aber er sagt, nein, die können an meiner Beziehung teilhaben, an meiner Beziehung zum Vater im Himmel. Gott bietet uns das Du an. Da ist eine vertraute Beziehung möglich. Das ist das Ziel, was uns Gott gibt. Und das Dritte ist, er sagt Ja zu uns. Er sagt Ja vom Anfang bis zum Ende. Ob wir dieses Ja-Wort einwilligen, ob wir uns darauf einlassen, das ist eine andere Frage. Aber er selbst sagt erst einmal ohne Wenn und Aber Ja. Und der Mensch kann den größten Dummheiten gebaut haben. Der kann ja so für sich das Gefühl haben, mein Leben ist verfuscht. Habe ich noch eine Chance? Fragte mich vor Jahren mal ein Mensch, jemand, der einiges auf dem Kerbholz hatte. Ja, Gott sagt Ja. Ich glaube, dass diese drei Worte Da, Du und Ja wirklich so etwas wie das Wasserzeichen der Bibel sind. Und wenn wir das uns bewusst machen, Da, Du, Ja, dann heißt das ja auf Deutsch, Gott ist jemand, der uns in seine Beziehung, die er selbst hat, hineinnehmen möchte. Da, Du, Ja, das ist, es trifft unsere menschliche Sehnsucht nach Beziehung, nach Bejahung. Ich möchte leben, ich möchte aufleben. Der Mensch möchte sich befreien lassen. Wie hier auf dem Bild, die Frau, die die Hände ausstreckt. Einmal tief durchatmen. In unserer Seele ist es ja manchmal schwül und drückend. Ja, ich bin da. Das sagt Gott zu uns. Und diese Botschaft, die sieht sozusagen dem Absender ähnlich. Der christliche Gott ist nämlich in sich selbst Gemeinschaft und Liebe. Und er hat nichts anderes vor, als Vater, als Sohn, als Geist, in sich Gemeinschaft zu haben und uns Menschen an dieser Gemeinschaft Anteil zu geben. Die Botschaft ist nicht nur eine Bejahung. Ich bin bejaht, ich darf leben, sondern die Botschaft ist zugleich die Einladung. Nimm daran teil. Lass dich auf das Da, auf das Leben ein. Es gibt Menschen, die haben immer wieder ihre Not, sich auf ihr eigenes Leben einzulassen. Aber Gottes Einladung ist, lass dich darauf ein. Egal, wie Du entstanden bist, egal, welche Nöte vielleicht damit verbunden waren, lass dich auf die Gemeinschaft ein. Ich, der dreifaltige Gott, bin Gemeinschaft und ich möchte, dass Du teilhabst an dieser Gemeinschaft. Dass Du mitliebender bist, sagten einmal Theologen im 12. Jahrhundert und das ist für mich bis heute die schönste Formulierung. Und Gott möchte, dass wir mitwirken. Dass wir sozusagen sein Tun heute den Menschen erfahrbar machen. Dass wir an seinem Heilswillen, den Menschen das Gute zu bringen, die Erlösung, das Heil zu bringen, dass wir daran teilhaben. Leben, Gemeinschaft mitwirken. Das ist die Einladung, die Gott uns zuspricht. Aber es ist eine Einladung. Die hat einen Haken. Sie geht nicht automatisch. Sie kann nicht verordnet werden, sondern sie ist eine Einladung. Lass dich darauf ein. Vertraue und lass dich darauf ein. Und solch Vertrauen, überhaupt Vertrauen in unserem Leben, das ist ja nicht selbstverständlich. Und ist auch nicht leicht. Es ist manchmal wirklich wie so ein Sprung hier mit dem Trambolin, beziehungsweise mit dem Trapez unter freiem Himmel. Da muss ich mich fallen lassen und ein anderer fängt mich auf. Wir freuen uns, wenn im Zirkus diese Stücke vorgeführt werden und sind beeindruckt. Aber es verlangt ja eine unheimlich hohe Einsatz, Mut und das Vertrauen der andere fängt. Und Trapezkünstler sagen einem, da ist es ganz wichtig, dass man nicht vorher schon danach greift, nach den Händen, dann werden die Finger gebrochen, sondern dass man sich wirklich anvertraut und fallen lässt, dass der andere die andere einen auffängt. Und das ist eigentlich die Botschaft, die Gott für uns hat. Ich bin da, ich biete dir das Du an, ich sage Ja zu Dir und lass dich fallen. Lass dich ein auf das Leben, was ich dir schenke. Lass dich ein auf mein Du. Lass dich ein auf unser Ja-Wort. Aber wir kennen es alle, von uns, von anderen, der Mensch reagiert auf diese Einladung, auf diese Zuwendung, die Gott ihm schenkt, nicht selten mit Gleichgültigkeit und mit Skepsis. Es ist sozusagen, als wäre der Finger dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und mir, als wäre der getrübt. Da ist wie so ein Nebel drüber. Und als wäre das da und wäre das Du und als wäre das Ja getrübt. Wie hinter Wolken oder wie im Nebel oder wie verfinstert. Und das ist, glaube ich, oft unsere Situation von uns Menschen, dass das, ja das, was eigentlich Gott uns anbieten möchte, verfinstert ist. Als ich Kind war und Jugendlicher war, da war oft im Fernsehen noch, wenn es so beim Fußball ganz spannend war, dann kam plötzlich Schnee. Und weil irgendwo es Empfangsschwierigkeiten gibt. Und so ähnliche Empfangsschwierigkeiten haben wir Menschen nicht selten mit der Botschaft Gottes, dass dieses Du, dass dieses Ja, dass dieses Da Gottes, dass die Beziehung, diese Finger, wie Michelangelo es schön ausgedrückt hat, wie im Nebel ist, wie im Schnee, wie unter Hinterwolken. Wie kommt das? Wie kommt es, dass das in uns so getrübt ist, dieser Blick? Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es in uns Erfahrungen gibt von Ohnmacht, von Grenzen. Ich habe es hier auf dem Bild dargestellt. Von Grenzen, die es uns schwer machen, vertrauend Ja zu sagen. Das ist als erstes die Grenze, die jeder von uns hat, unsere eigene Existenz. Keiner hat mich gefragt, ob ich leben will. Ich wurde auch nicht gefragt, ob ich Mann oder Frau sein wollte. Ich wurde auch nicht gefragt, ob ich im 20. Jahrhundert zur Welt kommen möchte oder vielleicht viel früher, vielleicht zur Zeit Jesu. Nein, ich bin ins Leben hineingeworfen. Ich glaube, dass da ein Ja-Wort hinter steht. Aber zunächst einmal ist es einfach ein Faktor. Ich bin und wie ich zur Welt kam, war ich ein kleiner Junge und ich wurde nicht gefragt, mit welchen Eltern ich gelebt leben wollte. Das ist alles vorgegeben. Habe ich nicht bestimmt. Genauso ohnmächtig und genauso begrenzt ist mein Leben, wenn ich in die Vergangenheit schaue. Was ich gesagt habe, was ich mal getan habe, manchmal passiert es mir, dass ich einen Satz ausspreche und direkt denke, oh, das war jetzt nicht gut. Hättest du nicht sagen sollen. Aber ich kann das nicht zurücknehmen. Wenn ein anderer es hört, dann ist es ausgesprochen und kann einen Menschen auch manchmal sehr tief verletzen und beleidigen. Und es braucht unheimlich viel Arbeit. Ich kann mich versöhnen mit dem anderen, aber ich kann es nicht rückgängig machen. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, sagt Pilatus. Also meine Vergangenheit ist für mich unverfügbar. Ich bin da ohnmächtig der Vergangenheit gegenüber. Die kann ich nicht selber verändern. Und genauso, wenn ich an meine Zukunft denke, an das Sterben, an das Älterwerden, an meinen Tod, auch darüber verfüge ich nicht. Wir können heute den Tod ein bisschen hinauszögern medizinisch, aber wir können nicht die Tatsache hinauszögern, dass wir altern und dass wir einmal sterben werden. Wir sind nicht unsterblich. Und schließlich, wenn es etwas Höheres gibt, Gott genannt oder Schicksal genannt, wenn es so etwas gibt wie Sinn, wenn es Gerechtigkeit gibt und darauf pochen alle in bestimmten Situationen, wenn es so etwas wie Wahrheit gibt, dann verfüge ich nicht darüber. Dann ist es eigentlich an mir, mich dem zu fügen, mich darauf einzulassen. Aber zunächst mal erschwert das. Diese Ohnmacht, diese Grenze erschwert, dass ich vertrauens Ja sage. Dann sitze ich da und mit vielen Fragen, Zweifeln, Widerstand. Ich will mich nicht da rein fügen. Und da bin ich als Mensch, ob ich will oder nicht, darüber entscheide ich nicht selbst, da bin ich vor eine Entscheidung gestellt. Nämlich die Entscheidung, kann ich zu meinem Leben vertrauend Ja sagen oder möchte ich nicht zu diesen Grenzen, zu dieser Ohnmacht, zu diesen heiklen Punkten, möchte ich da nicht vertrauend Stellung nehmen. Aber Stellung nehmen muss ich. Ich bin frei, Ja oder Nein zu sagen, aber ich bin nicht frei, gar nichts zu sagen. Wir nehmen Stellung. Und wie kommt das, dass wir Menschen Stellung nehmen? Das ist einfach so, denke ich, unsere Eigenart als menschliche Person. Wir existieren nicht nur, sondern hier auf dem Bild dargestellt, ich beuge mich auf mein Leben zurück, ich habe immer ein Bewusstsein meiner selbst und ich nehme dazu Stellung. Ich sage, wie gesagt, dazu Ja oder Nein. An dem Punkt komme ich nicht dran vorbei. Wie ich das ausfülle, das macht jeder Mensch anders. Aber dass wir selber zu uns Stellung nehmen, das ist uns letztlich mitgegeben. Darüber verfüge ich nicht. Und ich glaube, aus meiner eigenen Erfahrung, das ist immer wieder eine Herausforderung. Das fällt uns nicht ganz leicht. Und es setzt eigentlich voraus, dass jemand da ist. Nicht ich sage Ja, sondern jemand hilft mir. Jemand ist da und hilft mir, Ja zu sagen. Also wir sind angesichts von Ohnmacht und Grenzen frei, uns zu verschließen oder zu vertrauen. Und ich habe es eben schon gesagt, was hilft mir, zum eigenen Leben Ja zu sagen? Nicht einem kleinen Kind hilft es, wenn es von den anderen bejaht wird. Wenn Vater, wenn Mutter, wenn vielleicht Geschwister, Oma, Opa Bejahung schenken, dann ist es, ich stimme eigentlich in das Ja-Wort der anderen ein. Ich mache da mit. Ich lasse mich darauf ein und singe wie im Chor. Aber wenn ich älter werde als Erwachsener in der Pubertät, da beginnt das viel stärker, einen herauszufordern, selbst beim besten Elternhaus zu gucken, will ich das? Kann ich so mich auf mein Leben einlassen? Und an diesen Eckpunkten, wenn es um Geburt und Existenz und Tod geht, wenn es um Schuld geht, um Leid geht, um die Frage, gibt es einen Gott, der zu mir steht? Ich glaube, das fällt uns allen nicht leicht. Was hilft? Ich habe ein wunderschönes Bild, ist die Mitte eines Kreuzes, was bei mir im Zimmer auch hängt. Ein Bild, wo einer steht und sich bückt und einer kniet und ist an den Füßen des anderen da. Es ist hier nicht der Mensch, der vor Gott in die Knie geht, sondern dargestellt ist die Fußwaschung Jesu. Da ist dargestellt, was im Johannes-Evangelium im 13. Kapitel beschrieben ist, Gott, Jesus, der Sohn Gottes, der vor dem Menschen in die Knie geht. Vor mir, vor Ihnen, vor allen Menschen. Jesus Christus zeigt Gott uns, wie groß seine Liebe ist. Er sagt Ja zu uns und zwar so, dass er dabei unsere Freiheit achtet und gleichsam passgenau auf unsere Situation hin spricht. Ja, ich stehe zu dir, egal was ist. Das ist gleichsam Gottes zweites Ja nach dem Misstrauen, nach dem was Zerstörtes in unserer Beziehung ist, dass er vor uns auf die Knie geht und uns sein Ja-Wort nochmal verstärkt und vertieft anbietet. Bei der Fußwaschung und dann bis hin zum Tod am Kreuz. Und er berührt dabei gerade bei der Fußwaschung unsere wunden Punkte, da wo wir verletzbar sind, sensibel sind und sagt, du kannst dich auf mich verlassen, du kannst dich darauf einlassen. Wenn wir so vor der Frage stehen, mich verschließen oder vertrauen angesichts der Grenzen meines Lebens, angesichts meiner Existenz, meiner Vergangenheit, meiner Zukunft. Gottes Liebe, sein Ja-Wort zu mir, was viel stärker ist als all die anderen Ja-Worte, die etwa meine Eltern und die haben das unheimlich intensiv mir zugesprochen und mich mein Leben lang immer spüren lassen, wie Ja und sie zu mir stehen. Aber Gottes Ja-Wort ist stärker. Ich glaube, es hat auch letztlich meine Eltern motiviert, zu mir Ja zu sagen. Und dieses Ja-Wort, die Finger, Michelangelo, das Bild, das berührt gleichsam meine Existenz. Und die Fußwaschung geht so in mein ganzes Leben, in den Kern hinein. Jesus sagt zu mir Ja. Bin ich bereit, mir von ihm gleichsam die Füße waschen zu lassen? Mir von ihm so viel Ja-Wort und so viel persönlich vertraute Nähe schenken zu lassen? Und so viel Demut, er geht von mir auf die Knie, um mir wirklich zu sagen, das meine ich todernst, ich stehe zu dir. Und diese Zuwendung, dieses Da-Du-Ja, könnte man sagen, das macht Vertrauen wirklich. Weil er zu mir Ja sagt. Weil es wirklich stimmt, Da-Du-Ja, das ist Gottes Wort zu uns, das ist das Zentrum seiner Botschaft. Darum kann ich auch sagen, ja, ich bin da. Und ich sage zu dir, Du. Und ich sage zu dir, Ja. Ich kann trauen, ich kann dir vertrauen. Das ist ja eigentlich das Allerwichtigste, was wir als Menschen im Leben als Antwort auf die Botschaft Gottes zu geben haben. Ich sage Vertrauen zu dir, Ja. Und dieses Ja-Wort befähigt den Menschen, sich zu öffnen und seinerseits Ja zu sagen. Ja zu Gott. Ja, ich traue dir. Ich freue mich, ich sage dir Danke oder noch mehr. Ich lobe dich, ich bin einfach fasziniert. Ich sage Ja zu mir selbst. Auch wenn manches nicht so ist, wie ich es vielleicht gerne hätte. Aber ich sage Ja zu mir. Und freue mich an mir. Und freue mich vielleicht auch an dem, was Gott aus meinem Leben macht. Obwohl vielleicht manches zwischendurch so manche Umwege ging und ganz anders lief. Und ich sage Ja zum Anderen. Zum Mitmenschen, zur Schwester, zum Bruder. Oder zu den Menschen, mit denen ich mich schwer tue. Vor kurzem hat jemand zu mir gesagt, da wo ich mich schwer tue mit jemandem, da denke ich immer oder immer wieder an Gottes Ja zu diesem Menschen. Ich kann jetzt im Augenblick nicht Ja sagen. Aber Gott sagt Du Ja zu ihm. Und ich will mich da anschließen. Ich will sozusagen, wie ich als kleiner Junge gerne mit den anderen, den größeren Fußball spielte, kann ich mitspielen. Möchte ich zu Gott sagen, Du kann ich mit Dir mitleben. Ich kann es alleine nicht. Ich schaffe das nicht. Ja zu sich. Ja zum Anderen. Ich glaube, das ist ja die große Herausforderung. Lieben, sich versöhnen, dienen. Das spürt jeder Mensch, ob er Gott kennt oder nicht, ob er ein Christ ist oder nicht, wie wichtig das eigentlich für unser menschliches Miteinander ist. Und zugleich spüren wir unheimlich stark, dass wir da an unsere Grenzen kommen. Ich kann das aus mir heraus immer wieder nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber es werden Türen geöffnet, es werden Verschlossenheiten, Ketten gesprengt, wenn ich merke, mein Ja-Wort, mein Dienen, mein Vergeben, mein Versöhnen, mein Lieben, das muss ich nicht selber bringen. Das ist eigentlich ein Einstimmen in Gottes großes Ja-Wort, in Gottes unglaubliche Liebe. Und darum ist der letzte Punkt eigentlich das, was ich da bekomme. Gottes Ja-Wort, das mir geschenkt wird, da bin ich eingeladen, das weiterzugeben. Wie so ein Staffelholz weiterzugeben. Wir sprechen heute von der Not der Glaubensweitergabe, der Not der Glaubensverkündigung. Ich gebe ja nicht irgendwie so ein objektives Paket weiter. Ich lade ja eigentlich den anderen ein, an meinem persönlichen Glauben teilzunehmen, an meinem Ja-Wort teilzunehmen, in meinem Ja-Wort einzustimmen. Du freu dich mit mir über Gott, freu dich mit mir über diese Liebe Gottes und freu dich mit mir, dass ich mich über dein Leben und über mein Leben freue. Der Staffelholz, was da weitergegeben wird, das ist dieses Da, dieses Du, dieses Ja. Den empfangenden Zuspruch an andere weitergeben. Ich glaube, das ist eine lebenslange Herausforderung und Aufgabe. Und wir sind heute in einer Zeit, wo vieles im Umbruch ist, wo man an verschiedenen Stellen, ich weiß ja, worauf kommt es denn an? Ich persönlich glaube, das ist der Nerv des Ganzen. Der Nerv nämlich, dass Gott uns sein Ja-Wort schenkt, trotz allem, dass er uns sein Du anbietet, dass er uns zusagt, ich bin da, egal was ist. Da könnt ihr euch drauf verlassen, ich bin immer da. Und ich lade euch ein, euch darauf einzulassen und eurerseits das Da, das Du, das Ja, innerlich zu sprechen, zu leben und an andere weiterzugeben. Und die Einladung an andere weitergeben heißt eigentlich, andere einzuladen. Stimm darin ein. Was ist die Mitte unseres Glaubens? Ich glaube, die Mitte des Glaubens ist letztlich, wenn man so wie eine Zielscheibe sagt und worauf kommt es an, diese Grundbotschaft. Nicht ich erfinde da etwas, sondern Gott spricht mir wie in einem Liebesbrief zu. Hier, das, was auf den Karten vorhin stand, Da, Du, Ja, das ist mein Wort für Dich. Und ich lade Sie ein, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ja, entweder die Brille des Herzens zu putzen und mal wieder neu zu gucken, darauf kommt es eigentlich an, oder vielleicht ganz neu zu entdecken, mein Gott, das ist vielleicht eine Art, auf den Glauben zu gucken, die ich gar nicht gewohnt bin, aber das macht Vertrauen und das macht Liebe möglich. Der Gründer meiner Gemeinschaft, der heilige Vincenz Pallotti, hat in einer Zeit, als ein Überschuss an Priestern war und er trotzdem merkte, vieles ist hohl und äußerlich, da hat er gesagt, entscheidend sind nicht Strukturveränderungen. Entscheidend ist, dass wir an Gott glauben, der unendliche Liebe ist und diese unendliche Liebe an die Menschen weitergeben. Das wünsche ich Ihnen und wünsche ich mir. Das wünsche ich Ihnen und wünsche ich Ihnen, Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!